Assalamu alaikum. Heute wollen wir uns mit dem ersten Ruf des Iman beschäftigen. Ich werde nicht chronologisch vorgeben, meine lieben Geschwister, sondern ich werde zunächst erst einmal die Rufe des Iman hervorheben, in denen Allah Ta'ala uns zu der höchsten Stufe überhaupt auffordert, zu der wichtigsten Eigenschaft eines Muslims überhaupt, nämlich zur Taqwa. Und es handelt sich hierbei ganz konkret um sieben Ayat. Sieben Ayat, in denen Allah Ta'ala uns zu Taqwa, zu Gottesfurcht, zu Gottesbewusstsein auffordert. Und heute, insha'Allah ta'ala, wollen wir uns mit dem ersten Ayat beschäftigen. Vielleicht vorweg, jeder dieser Ayat fordert uns zwar zu Taqwa auf, aber gleichzeitig noch zu einer anderen Eigenschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf jede Ayat einzeln eingehen. Und heute, insha'Allah ta'ala, beschäftigen wir uns mit der Ayat Nummer 102 aus Surat Ali Imran, der Surat Nummer 3, in der Allah Ta'ala Folgendes ruft. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah in Gebühren der Furcht und sterbt nicht anders denn als Gott ergebende. Allah Ta'ala, er verlangt von uns also in dieser Erie, dass wir die Taqwa wirklich verinnerlichen. In gebührender Weise. In bester Weise. Ich habe mit diesem Vers angefangen, weil Allah Subhanahu Wa Ta'ala an keiner anderen Stelle diese Eigenschaft der Taqwa so betont wie hier. Als die Sahaba das gehört haben, haben sie Angst bekommen. Sie haben gesagt, ja Rasulallah, und wer von uns kann das schaffen? Wer von uns schafft es, Allah Ta'ala in Gebühren der Weise zu fürchten, die Taqwa so umzusetzen, wie es sein sollte? Woraufhin Allah Subhanahu Wa Ta'ala einen anderen Vers herabgesandt hat, der das ein bisschen abmählet. فَاتَّقُوا اللَّهِ مَسْتَطَعْتُمْ So fürchtet Allah, so gut ihr könnt. Einige der Ur'an-Exegeten haben gesagt, dieser Vers hebt diesen Vers auf. Aber einige andere haben gesagt, nein, es gibt überhaupt keinen Widerspruch zwischen diesen beiden Versen. Allah Ta'ala, er erläutert lediglich, was damit gemeint ist. Wir sollen uns anstrengen, wir sollen uns Mühe geben, aber am Ende bürdet Allah Subhanahu Wa Ta'ala eine Seele nicht mehr auf, als sie tragen kann. Was ist nun aber Taqwa? Taqwa bedeutet so viel wie Schutz. Ich suche Schutz vor etwas, von Uiqaya. Vor was suche ich eigentlich Schutz? Ich suche Schutz vor der Strafe Allahs. Schutz vor dem Zorn Allahs. Schutz vor all den Dingen, welche mich von Allah Subhanahu Wa Ta'ala wegführen. Das ist die Taqwa. Taqwa bedeutet also, dass ich ein bewusstes Leben als Muslim führe. Dass ich ganz genau weiß, was will eigentlich Allah Ta'ala von mir und was hat er mir verboten. Und ich versuche, so gut ich kann, das, was Allah Ta'ala mir geboten hat, umzusetzen und das, was er mir verboten hat, zu unterlassen. Und deswegen einige der Gelehrten haben die Taqwa in diesem Vers auch genau so interpretiert, wie es von Abdullah ibn Mas'ud überliefert wird. Dem gesagt wurde, Dass ihm gehorcht wird und dass man kein Ungehorsam im Gegenüber begeht. Und dass seiner gedacht wird und er nicht vergessen wird. Und dass ihm gedankt wird und man ihm gegenüber nicht undankbar ist. Und deswegen haben sich auch einige dafür entschieden, Taqwa mit Gottes Bewusstsein zu übersetzen. Und nicht nur mit Gottes Furcht, obwohl das alles impliziert. Ich führe ein gottesbewusstes Leben. Ich weiß, was Allah Ta'ala von mir verlangt hat. Und genau das ist es, worum es in diesem Vers geht. Allah Ta'ala, er verlangt von mir als Muslim, als jemand, der sagt, ich glaube an Allah, dass ich versuche, die Gebote Allahs, so gut ich kann, in meinem Leben umzusetzen. Und dass ich ganz genau darauf Acht gebe, was tue ich eigentlich. Ist das, was ich tue, eigentlich im Einklang mit meiner Religion? Oder widerspricht es meiner Religion? Es gibt viel zu viele Muslime, denen das völlig egal ist. Die machen sich erst, nachdem sie eine Sache getan haben, darüber Gedanken, war das jetzt eigentlich in Ordnung, islamisch gesehen oder nicht. Viele machen sich gar keine Gedanken. Das ist keine Taqwa. Jemand, der Taqwa hat, der überlegt sich ganz genau, was er tut. Er fragt sich, heißt das eigentlich Allah Ta'ala gut, was ich jetzt tue oder nicht? Einmal kam ein Mann zu Omar ibn Khattab und er stellte ihm die Frage, was ist eigentlich Taqwa? Woraufhin Omar antwortete, mit einer Gegenfrage. Und er sagte zu ihm, warst du schon mal auf einem Weg gewesen, der voller Dornen und Stacheln ist? Und er sagte, ja, stellt euch das mal vor in unserer heutigen Zeit, ich spiele Fußball und der Ball fällt in ein Feld voller Brennnesseln. Das ist ja das, was wir heute auch kennen aus unserer heutigen Zeit. Und er fragte, wie hast du dich verhalten, als du auf diesem Dornenweg warst? Und die Frage, wie haben wir uns verhalten, als wir Fußball gespielt haben und dann der Ball mitten in den Brennnesseln waren? Wir haben versucht auszuweichen. Ganz genau hingeschaut, wo trete ich jetzt hin? Vielleicht sogar extra die Füße und die Beine bedeckt, damit man sich nicht verbrennt durch die Brennnesseln und sie nicht berührt. Und der Mann sagte genau das. Ich achte ganz genau darauf, wo ich hintrete und ich versuche, den Stacheln auszuweichen. Woraufhin dann Amr sagte, und genau das ist die Taqwa. Das ist es, worauf es ankommt. Achte darauf, wo du hintrittst. Achte darauf, was du sagst. Achte darauf, wo du hinschaust. Achte darauf, wie du dein Geld erwirbst. Schau darauf, was du machst. Versuch, alles immer im Einklang mit deiner Religion zu tun und dann wirst du die Taqwa erlangen. Und das Schöne ist, was Allah uns hier aufzeigt, dass derjenige, der wirklich diese Taqwa verinnerlicht hat, ein gottesbewusstes Leben führt, auch gleichzeitig jemand ist, den Allah auf seinem Weg festigen wird. Und deswegen fügt Allah hinzu. Es ist nochmal eine weitere Aufforderung, ja. Aber Allah ta'ala, er erwähnt es an dieser Stelle, um uns aufzuzeigen, das eine führt zum anderen. Wenn du, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, ein gottesfürchtiges, ein gottesbewusstes Leben führst, dann wirst du automatisch gefestigt bleiben. Warum sollte Allah ta'ala einen Menschen vom Weg abkommen lassen, der versucht, Allahs Gebote zu befolgen? Und demnach lasst du uns versuchen, durch die Taqwa gefestigt zu bleiben, an diesem geraden Weg festzuhalten und wirklich als gottergebene Menschen zu sterben, als Allah ergebene Menschen zu Allah zurückzukehren. Die Grundvoraussetzung hierfür ist, dass ich versuche, diese Taqwa wirklich so zu verinnerlichen, wie es Allah ta'ala von mir verlangt hat. Und wenn ich das tue, dann bleibe ich auch gefestigt. Und das war ja auch das höchste Ziel unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gewesen. Es gab keinen Dua, keinen Dua, den er öfters aufsagte, als Allahumma ya muqalliba al-qulub sabbit qalbi ala dinik. O Allah, du bewege dir Herzen, festige mein Herz auf deiner Religion. Unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er bekam wegen dieser Sache graue Haare. Er sagte, sallallahu alayhi wa sallam, Die Surahud und ihre Schwester-Surin haben mich grauhaarig gemacht. Warum Surahud? In anderen Versionen dieser Überlieferung wurde das erläutert, indem nämlich der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, Es handelt sich um den Vers, Bleib standhaft, halt an diesem geraden Weg. Wissst, wie es dir befohlen wurde und mit denjenigen, die mit dir bereut haben. Diese Standhaftigkeit, dieses Fest, diese Geduld und diese Festigung auf dem Wege Allahs, das ist das, worauf es ankommt. Und sterbt nicht anders als Muslime, als Gottergebene. Derjenige, der die Taqwa richtig verinnerlicht, der wird auch das andere erreichen. Möge Allah Ta'ala uns zu dem wahren Muttaqin gehören lassen. Und möge Allah Ta'ala uns zu seinen wahren, gottergebenden Dienern gehören lassen. Und möge Allah Ta'ala uns festigen, bis wir diese Dunya verlassen, bis zu dem Moment, wo zu uns die Gewissheit des Todes kommt. Amin, Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.